Heute mal ein Blick auf die Kräne von Milaneo, von der Nordbahnhofstraße aus. Die kann man gar nicht alle einfangen, so viele sind es. Die Kräne von Milaneo Die Kräne von Milaneo Die Kräne von Milaneo Am Erdaußhub können wir erkennen, dass die Vorbereitungen für die U-Bahn, die U-12, die Trassenverlegung hier enorm fortschreiten. Wir laufen einfach mal ein bisschen entlang und schauen, dass es noch gibt. Die Kräne von Milaneo 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 Hier sind auch schon die ersten Veränderungen erkennbar. Seit einiger Zeit sind diese Masten gesetzt. Das heißt, die Verlegung von der Straße ein bisschen weiter nach hinten wurde durchgeführt, um den neuen Straßenbahnverlauf zu realisieren. Das ist einmal dieser Mast hier, an dem die Oberleitung gespannt ist. Die Kräne von Milaneo Und der andere In dieser Stelle In dieser Stelle fürs Zuschauen, tschau!